1921. Frederick Banting und Charles Best gewinnen erstmals Insulin. Ein Meilenstein der Medizingeschichte. 100 Jahre Insulin. Wir laden Sie ein zum virtuellen Event. www.100-jahre-insulin.de Wann? Am 24. Juli 2021. Wie? Live. Digital. Interaktiv. Ein vielfältiges Programm erwartet Sie. Live-Vorträge. Wissenschaft. Informationen. Wo? Im Internet. www.100-jahre-insulin.de Erleben Sie unsere interaktive Ausstellung. Zum Beispiel 100 Jahre viele Geschichten. Erzählt von Menschen mit Diabetes. Insulin im Wandel der Zeit. Seien Sie dabei. Im Internet. www.100-jahre-insulin.de Live. Digital. Interaktiv. 24. Juli 2021. Beginn 10 Uhr. 100 Jahre Insulin. www.100-jahre-insulin.de 24. Juli 2021. Beginn 10 Uhr. 10 Uhr. 22 Uhr. Vielen Dank.